News und Talks für Gebildete. Während Greta Thunberg in Davos ihre Zeit vergeudet und Trump da auch seine Wahlreden hält, widmen wir uns dem Thema der Scharlatanerie in Deutschland. Alle hören in der Welt im Moment auf Scharlatane und alles geht in die Irre und Fridays for Future schreibt sich auf in irgendwelchen Demonstrationen gegen die Rechten und gegen das Rechte, als ob unsere Welt zu heilen wäre, nur indem wir sozusagen die Rechten niederhalten oder verprügeln oder was auch immer. Also ich will mich zwei Scharlatanerien heute kurz widmen, der feministischen Ökonomie und der Gemeinwohlökonomie von Felber, über die WDR Markt eine ausführliche Sendung gemacht hat und dann noch ein Psychiater zu unserem Liebesleben und der Unterdrückung der Sexualität kurz erwähnen gleich. Also Scharlatanerie, das gilt auch für die feministische Ökonomie. Bei Felber, da gibt es ja viele schöne Worte, die in die richtige Richtung gehen und er kritisiert ja zu Recht auch die pseudowissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit ihrem völlig falschen Ansatz. Das ist ja alles richtig, aber er selbst hat natürlich auch wieder nur einen falschen Ansatz zu liefern, also auch nur Scharlatanerie, also Stichwort Greenwashing, Social Washing durch Felberische Gemeinwohlökonomie. Gehen wir mal durch wissenschaftlich, also hier, das ist quasi unser kapitalistisches sozialmarktwirtschaftliches System, das ist die Landschaft der Firmen, also das sind die vielen unter kleinen Unternehmen, Betriebe und so weiter und so weiter. Und was macht jetzt hier ein Betrieb? Nehmen wir mal an, er würde jetzt wirklich Gemeinwohlökonomie produzieren. Also seine Gemeinwohlbilanz würde wirklich auf Fakten beruhen und nicht nur auf bürokratisch irgendwie gefälschten, verfälschten Daten, die den eigenen Betrieb sozusagen tatsächlich gemeinwohlmäßig handeln lassen. Also nehmen wir mal an, es würde ein Betrieb tatsächlich irgendwie das Ganze nicht nur zum Social Washing, zum Greenwashing benutzen sozusagen, also Social Washing, also so tun, als ob man sozial, also gemeinwohlorientiert wäre, faktisch aber natürlich ganz normale kapitalistisches Überleichengehen praktizieren sozusagen. Das ist die Frage. Also wenn jetzt hier jemand, stellen wir uns vor, hier unten müssten wir noch eigentlich eine Linie einführen. Hier ist sozusagen, sind, ja, ist der Strom des normalen Wirtschafts-, des sozialmarktwirtschaftlichen, kapitalistischen, normalen Überleichensgehen. Und jetzt schert hier einer aus, ja, einer schert aus und praktiziert tatsächlich im Rahmen eines unveränderten sozialmarktwirtschaftlichen, kapitalistischen Umfeldes, praktiziert er tatsächlich eine echte Gemeinwohlökonomie. Dann wird er selbst sozusagen, also durch sein menschenfreundliches Tun und durch sein wahrheitsorientiertes Produzieren, also dadurch, dass er ein Wahrheitsmemeträger ist, wird er sich selbst ins wirtschaftliche Abseits entwickeln, denn das kann eine Zeit lang gut gehen. Die Gemeinwohlökonomie-Firmen, also man kann eine Zeit lang das überleben, sozusagen nicht konkurrenzfähig zu sein, weil man nicht genügend über Leichen geht, weil man nicht genügend auf genügend Irrtumsmemen fußend arbeitet. Aber irgendwie über kurz oder lang wird man nur ein Rinnsaal dann in der zukünftigen Wirtschaft sein und auch nur ein bedeutungsloses, ärmliches Unternehmen sein, das sich vielleicht einige Zeit über Wasser halten kann. Aber niemals kann man wirklich konkurrenzfähig sein, weil alle anderen Unternehmen hier, diese ganzen vielen anderen Unternehmen, einen einfach auskonkurrieren werden werbemäßig, weil sie viel mehr Profit machen mit der anderen Strategie. Also das wäre jetzt das Rinnsaal, derer, die tatsächlich mit Wahrheitsmemen, also bei der Wahrheit bleibend, wirklich tatsächliche Gemeinwohlorientierung versuchen an den Tag zu legen. Die werden aussterben und werden wirtschaftlich leiden und werden sozusagen von allen anderen durch Marketing und so weiter auskonkurriert werden. Und jetzt haben wir hier im Gegensatz dazu, da haben wir dann die andere Alternative, nämlich den Irrtumsmementräger, der also jetzt Gemeinwohlökonomie meint zu tun, aber in Wirklichkeit nur diesen Irrtum hat und in Wirklichkeit faktisch nur Social Washing und Greenwashing macht. Also die so tut, als ob er was fürs Gemeinwohl tun würde. Das ist natürlich eine tolle Marketingmaßnahme, weil das bei den Menschen sozusagen, diese Täuschung löst bei den Menschen natürlich ein erhöhtes Kaufverhalten aus. Das kann dann sogar sein, dass also wer sich das Mäntelchen, das Deckmäntelchen einer Pseudo-Gemeinwohlökonomie umhängt sozusagen und sagt, oh, meine Firma ist gemeinnützig und selber in diesem Irrtum ist, der wird dann wieder zwei Filialen gründen können, kann oder kann zwei Kinder ernähren oder zwei Filialen. Filialen, Filia kommt ja von Filia die Tochter oder Filius der Sohn, also zwei Filialen gründen und dann wieder mehrere neue Filialen gründen und dann entsteht daraus ein regelrechtes Handelsimperium, das alles getragen wird vom Social Washing und Greenwashing durch Gemeinwohlökonomie. Das heißt, solange wir den Kapitalismus insgesamt nicht beenden, wenigstens in Deutschland oder Europa, hat echte, wahrheitsgemäßes, gemeinwohlorientiertes wirtschaftliches Handeln faktisch nur ein Nischendasein und keine echte Überlebenschance, weil die anderen ihn auskonkurrieren werden. Stellen wir uns vor, dieses Rinnensaal hier an tatsächlich gemeinwohlorientierten wirtschaftlichem Handeln. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn eine Bäckerei sich angeblich auf Gemeinwohl, also tatsächlich auf Gemeinwohl umstellt, dann müsste sie eigentlich aufhören, Brot zu backen, weil Brot generell krank macht. Aber nehmen wir mal an, sie würden das Brot wenigstens nicht mehr ganz so gesundheitsschädlich machen, wie es die anderen machen. Dann sozusagen, ja, was passiert dann? Dann werden diese ihre Brote teurer herstellen müssen. Dieses Rinnensaal muss seine Brote teurer herstellen, verliert eher Geld. Die anderen machen das große Geld, weil sie weiterhin die Backchemikalien verwendet, weil sie nur ein Social-Washing und Green-Washing machen durch Pseudo-Gemeinwohl-Ökonomie sozusagen. Und werden eben größere Gewinne machen, werden hübschere Filialen bauen können, schönere Werbespots bezahlen können. Und die Masse der dummen Menschen, die 70 Prozent der weniger klugen Menschen der Bevölkerung werden darauf hineinfallen und werden Opfer dieser Pseudo-Gemeinwohl-orientierten Bäckerei, dieses Bäckerei-Wesens sein und werden sozusagen überall da einkaufen und dort hier Geld hintragen im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und dort wird kaum Geld landen und deswegen wird das eine ganz ärmliche und vielleicht sogar aussterbender Strang sein. Erst durch die Einführung von Wohlfühlnoten, wie es die echte Gemeinwohl-Ökonomie der zweiten Scientists for Future 2 will, die ja den Gemeinwohl-Gedanken so Mitte der 80er schon entwickelt haben, haben sozusagen einige der Leute bei den zweiten Scientists for Future 2 haben ja schon Mitte der 80er in Richtung Gemeinwohl-Ökonomie gedacht, haben es nicht genau so genannt, aber im Prinzip den gleichen Ansatz verfolgt. Und da war Felber wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Und ja, also da nochmal darauf zurückzukommen, also die Bäckerei, die nur zwar die Gemeinwohl-Ökobilanz ausfüllt, aber in dem Irrtum ist, dabei irgendwelche Dinge verwendet, die am Ende zwar bürokratisch etwas vorgaukeln, aber nicht der Wahrheit entsprechen und die faktisch dann aber weiterhin irgendwie Brot so herstellt, dass es letztendlich auch wieder gesundheitsschädlich ist für die Bevölkerung oder auch deutlich gesundheitsschädlicher als dieses Brot hier, das wahrheitsorientierten, egal generell Brot übrigens, generell macht Brot wahrscheinlich krank. Also eigentlich ist jede Form der Bäckerei kann nicht Gemeinwohl-Ökonomie sein, weil sie immer schädlich ist. Wenn man die Gesundheitsdaten wirklich messen würde, dann würde man feststellen, wer Brot isst, wird häufiger krank. Ja, also das heißt also, aber hier, wenn jetzt also diese Bäckerei mit ihrem Social und Greenwashing sozusagen also trotzdem noch ziemlich ungesunde Brote herstellt, dann wird sie damit mehr Gewinn machen, weil warum stellt sie die ungesunden Brote her? Weil die Zusatzstoffen billiger sind als hier. Und dadurch kann sie eine größere Gewinnspanne erzielen, dadurch können zwei Filialen gegründet werden, aus den zwei Filialen werden ganz viele weitere. Und dieses Bild zeigt mal so schön die Vielfalt. Und dadurch werden Bäckerei-Imperien entstehen, Bäckereiketten entstehen, wie sie im Moment überall aus dem Boden schießen. Und die werden die dummen 70 Prozent oder die weniger klugen 70 Prozent der Gesellschaft, werden ihre Milliarden dahin tragen. Und dieses wird richtig reich. Und deswegen können sie all diese Illusionen, das können sie alles vergessen, sozusagen. Das Gemeinwohlökonomie von Felber, das ist alles nur Scharlatanerie, weil es auf gekonntes Greenwashing und Socialwashing hinausläuft. Vielleicht wird das auch nur deswegen diskutiert. Wobei ich der Marktredaktion schon unterstelle, dass die es wirklich ernst meinen, dass die wirklich interessiert sind an der Frage einer besseren postkapitalistischen Wirtschaftsform. Aber das können halt nur die zweiten Scientists for Future 2. Natürlich habe ich dort angerufen, habe denen die Information übermittelt. Mal gucken, ob die irgendwas machen oder ob die eben auch nur sozusagen ihre Arbeit auch nur darin besteht, Scharlatanerie zu unterstützen. Ja, generell kann man sagen, die feministische Ökonomie ist auch eben nur so eine Scharlatanerie. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Viel Gerede um nichts. Natürlich brauchen wir eine matriarchale Lebensweise und so weiter, also eine frauenorientierte Lebensweise und so weiter. Das ist selbstverständlich, aber das wissen die zweiten Scientists for Future 2 schon lange. Und die feministische Ökonomie bringt nichts Neues oder Besseres dazu, sondern nur Verwirrendes, Unwahres dazu. Ja, abschließend ein Psychiater hat sich in einem Video so über unser Liebesleben geäußert, hat nochmal bestätigt, was die zweiten Scientists for Future 2 ja schon lange fürchten, dass das eben die Sexualität immer weiter zurückgeht, dass die jungen Leute, die jetzt so die jetzigen Generationen immer unfähiger werden zum Sex. Es gibt so eine scheinoberflächliche und scheinbare Lockerheit gegenüber der Sexualität, aber das faktische Sexverhalten nimmt drastisch ab und nimmt weiter ab und so weiter, weil der Kapitalismus, man könnte sagen, der Kapitalismus ist natürlich ein System, was systematisch die Sexualität runterfährt, denn nur unbefriedigte Menschen entwickeln eine Konsumsucht und sind auch bereit, Dienste als Kriegssklaven zu tun. Wer nichts zu verlieren hat, also wer kein munteres Liebesleben hat, der sucht sein Heil in der Konsumsucht und das ist ja das, was der Kapitalismus braucht und die Waffenkonsumsucht ist ja das andere, also der braucht willige Kriegssklaven und wenn ich kein munteres Liebesleben habe, habe ich auch nichts zu verlieren und dann kann ich auch gerne mal in den Krieg ziehen und mich dazu aufhetzen lassen. Das ist alles so, also wieder hier die Evolutionsverläufe, ja, also wer sozusagen hier wieder ein Tauschhändler, ein Tauschhändler, der ein Wahrheitsmemeträger ist hier rechts, ja, und der eben sagt, ja, eine Gruppe hat die andere, eine Kommune hat die andere besucht und das war ein richtiges Rauschen des Liebes- und Tanz- und Musikfest sozusagen und das war ganz toll, ja, und der andere sagt, ja, also da irgendwie, da kam dann irgendwie ein große, mächtige Instanz und sagte, nein, dieses viele Schmusen, das ist unmoralisch, das ist schmutzig, das ist dreckig, ich unterlasse das und so weiter, ja, und, 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 ja, und dann löst das in den Köpfen der manipulierbaren Massenbevölkerung, löst das Ängste aus, sie reduzieren, also wir sind ja die einzige Art, die ihr Liebesleben jemals kommentiert, ja, also gucken sich an, gucken sich Bonobos an, Schimpansen an, Gorillas an, bei bestimmten Affen, ja, da kann es vielleicht mal vorkommen, dass ein männlicher Affe versucht oder irgendeine weibliche Affin oder ein männlicher Affe versucht, andere am Geschlechtsverkehr zu verhindern wegen ihrer sozusagen jeweiligen eigenen genetischen Interessenslagen, das kann vorkommen, bei so primitiven Affenformen ist sowas noch möglich, aber niemals würde ein Affe anfangen, in seinem eigenen Kopf selber seine eigene Sexualität zu kommentieren, zu, ja, zu kommentieren und zu unterdrücken sozusagen. Das hat erst der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, den Menschen beigebracht. Also das heißt, in dem Moment, wo hier ein Händler zum ersten Mal Irrtumsmeme verbreitet, die also die Sexualität kommentieren und als schmutzig und als dreckig hinstellen sozusagen, da macht er sofort, macht er größeren Umsatz, kann mehr Filialen begründen und so weiter, kann ein Handelsimperium ausbreiten und kann ein riesiges Handelsimperium, das sind die Namen, könnte man sagen, das spielerisch könnte man das jetzt verstehen, als die Namen seines, der Unterabteilung seines Handelsimperiums sozusagen und das alles auffußend auf der Kommentierung von Liebe und Sexualität, während jedes gesunde andere Tier sozusagen natürlich das Liebesleben völlig unkommentiert lässt, denn jede Art hat in seinem Genbestand eine sinnvolle Regulierung seines Liebeslebens und niemals würde sie über Meme, also über geistige Dinge, über Gedankensysteme noch zusätzlich sozusagen kommentierend in sein Liebesleben eingreifen. Also wenn eine Katze oder ein Kater loszieht oder ein Hund auf der Straße sozusagen versucht aufzusteigen auf einem anderen Hund, dann sind die nicht bestimmt vom Kommentieren von Gedanken, mit denen sie das für schmutzig und dreckig und unanständig halten, sondern sie sind geistig hoffentlich noch völlig frei, es sei denn, die Hundehalter haben sich schon dazu erzogen, dass sie Sexualität mit Angst assoziieren. Dann haben sie natürlich letztendlich auch schon wieder eine gewisse Kommentierung darin. Ja, aber bleiben wir lieber bei Naturtieren. Also kein Naturtier würde sich jemals durch irgendein Gedankensystem kommentieren. Das Einzige, was ab und zu mal vorkommt bei primitiven Tieren, ist, dass eben das eine Tier das andere aufgrund bestimmter genetischer Interessen vom Sex abhalten will und so weiter. Also erst die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat also sozusagen diese Kommentierung von Sexualität als schmutzig, böse und ja, der ist zu alt, der ist zu jung, also diese ständige Kommentierung, warum Sex nicht sein sollte sozusagen. Ja, das ist eben das Produkt des Kapitalismus und wer dieses als Händler solche Irrtumsmeme zum ersten Mal aufgebracht hat, der kann riesige, der kann hier zwei Filialen begründen, die können wieder ganz viele weitere Filialen begründen und hier wieder weiter Filialen begründen und daraus entsteht dann ein kapitalistisches Handelsimperium und beherrscht die Welt und das Denken der Menschheit. Ja, also wie gesagt, man könnte verzweifeln unter all diesen pseudowissenschaftlichen Scharlatanerien, die überall kreisen, ja, aber so ist das halt. Die Wahrheit, wir müssen schon froh sein, dass die zweiten Scientists for Future nicht wie Galilee Hausarrest bekommen für ihre Wahrheiten und ja, bitte verbreitet die Wahrheiten und studiert vor allem alle Materialien. Tschüssi, bis bald.